Herzlich Willkommen im Gedächtnispalast. Entdecken Sie all die Kleinigkeiten. Der Gedächtnispalast ist gross und wunderbar. Und Sie dürfen sich darin frei bewegen. Und du geniessest es einfach und dann, glaube ich, gehst du erfüllt raus. Man kann sich selber gehen lassen und sich sein eigenes Theater machen. Ich habe entschieden, noch eines zu kommen. Ich bin erschlagen, ob dieser Vielfalt, kreativer Vielfalt, Ideenreichtum und die Verschmelzung zwischen dieser Industriegeschichte und dieser künstlerischen Konzeption. Ich finde es sehr spannend, weil es auch darum geht, wie Geschichten überhaupt entstehen. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Es ist wirklich total cool.